Miriam Bielhau 41, so lebt ihre kleine Tochter Mina heute Zwei Jahre ist der überraschende Tod von Moderatorin Miriam Bielhau 41, mittlerweile her. Mehrfach hatte die frohe Natur mit Brustkrebs zu kämpfen, doch besiegte die Krankheit immer wieder. Sogar ein Kind bekam die Autorin trotz Strapazen durch Chemotherapie und Behandlung noch. Ihre kleine Tochter Mina ist mittlerweile sechs Jahre alt und lebt bei ihrem Vater. Vater hat nun erstmals verraten, wie es dem Mädchen die letzten Jahre ergangen ist. Golmorad Moradi vermisst seine Tochter sehr. Zu seinem Enkelkind hat er aber noch guten Kontakt. Mit ihrem Papa Thomas-Hanrich und dessen Lebensgefährtin Lara Kessler lebt Mina auf Mallorca und hat sogar eine kleine Halbschwester. Tatsächlich nennt Kind die neue Frau sogar mittlerweile Mama. Ich bin froh, dass es ihr in ihrer neuen Familie auf Mallorca so gut geht. Wir skypen regelmäßig und ich gebe meiner Ex-Frau Elke, also ihrer Oma, Geschenke mit, wenn sie zu ihr fliegt, erklärte der stolze Großvater bunter im Interview. Tatsächlich habe Mina sehr viel von ihrer Mama geerbt, allen voran das Showtalent, sie hat viel von ihrer Mutter. Ich hoffe, dass ich noch erlebe, wie sie auf der Bühne steht. Mit der Bühne steht, wie sie auf der Bühne steht. Bei einer Bühne steht, wie sie auf der Bühne steht. Untertitelung des ZDF, 2020